Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute reacten wir mal auf den YouTube-Kollegen Swishy, denn er hat ein Video rausgebracht, wo es sich um World War 3 handelt. Er hat die ganze Sache ausprobiert und vergleicht Battlefield 2042, was momentan deren Mängel ist und was World War 3 besser macht. Ich bin ziemlich gespannt, was er über dieses Spiel berichtet, denn ich bin echt heiß auf das Game, bin leider Konsolenspieler, aber wenn ich erstmal meinen PC habe, wird dieses Spiel auf jeden Fall gesuchtet. Let's go, gehen wir rein. Bevor das Video aber jetzt richtig anfängt, Swishy, auf jeden Fall nochmal Dankeschön, dass du mir alles Gute gewünscht hast. Nachdem ich meinen Unfall hatte, fand ich sehr korrekt von dir. Das machen wenige YouTuber sich untereinander wirklich anschreiben oder auch vorbeischauen. Viele sind eher zurückhaltender, aber ich finde es sehr sympathisch, dass du mir da geschrieben hast und danke nochmal. So, jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, was du zu berichten hast. Hey, was geht ab, meine Freunde? Hier ist euer Swishy und im Internet liest man aktuell ziemlich viel über einen vermeintlichen Battlefield 2042-Killer. Und zwar handelt es sich hierbei um das noch relativ unbekannte Spiel World War 3. Genau, ist noch unbekannt. Bei deinem Swishy. Genau, es ist noch in der Beta. Das Spiel ist schon seit längerem draußen, es wurde nochmal neu aufgefrischt, weil es halt gefloppt ist. Aber jetzt wurde es halt nochmal neu überarbeitet und nochmal neu rausgebracht. Also Maps wurden überarbeitet, Gameplays, Mechaniken wurden überarbeitet, Fahrzeuge, ETC. Und aktuell ist das Spiel wirklich gut. Und kann per Early Access Paket erworben werden. Das günstigste Paket kostet eben 12,99 Euro und so habt ihr bereits schon Zugang zu der Early Access Version und eben auch der Closed Beta. Seht ihr, 12,99 Euro, wenn man überlegt, ist eigentlich nichts, ja. Ganz so neu ist das Spiel allerdings nicht, denn es erschien bereits im Jahr 2018, legt aber einen katastrophalen Start hin und wird nun deutlich verbessert. Nochmal neu aufgelegt. Quasi die zweite Chance des Spiels. Trotzdem sehr nice, dass die Entwickler, obwohl sie so klein sind, genau das gemacht haben. Sie haben das Spiel nochmal offline genommen, haben es wie gesagt nochmal komplett überarbeitet und dadurch nochmal neu rausgebracht mit neuem Trailer, wo die Mechaniken erklärt. Und es ist tatsächlich echt gut angekommen und es wird auch aktiv gerade echt viel gespielt in der Beta. Und ich muss sagen, das Spiel ist ziemlich nice. Es ähnelt sehr stark Battlefield 3 und 4, was mir ziemlich gut gefällt. Bei Battlefield 2042 ist auch Modern Warfare drin, aber mir kommt es ein bisschen so vor, dass da mehr Comic-Grafik drin ist. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Also es sieht nicht so dreckig und verschmutzt aus wie Battlefield 3 und 4 und das fand ich echt ein bisschen schade. Aber so an sich ist ja 2042 ein gutes Game. Ich gehe hier neutral an das Spiel ran und werde Parallelen zu Battlefield 2042 zwar nennen, aber keinen Vergleich starten. Es ist natürlich nicht gerecht für ein kleines Entwicklerstudio wie The Fam 150, die eben mit Publisher My Games das Ganze offen hat. Im Vergleich sollte man nicht sehen. Man kann das Ganze nicht mit EA und DICE vergleichen, weil da halt auch eben ein Haufen mehr Kohle untersteckt. Grafik, okay, jetzt bin ich gespannt. In Sachen Grafik und Performance liefert WW3 ein gutes bis sehr gutes Bild ab. Optisch schön anzusehen, das Spiel läuft wirklich butterweich auf meinem System. Ist natürlich kein Grafikwunder, aber teils sind wirklich einige schöne Momente dabei. Die Maps sind dafür aber wirklich atmosphärisch gut gestaltet und zeigen, was Battlefield 2042 eigentlich so wirklich alles falsch macht im Map-Design. Hier in World War 3 ist alles realistisch dargestellt. Es ist von der Atmosphäre her wirklich gut. Voll gepackt mit Deckungsmöglichkeiten und eben optischen und liebevollen gestalteten Objekten. Und hier muss man wirklich sagen, bitte EA und DICE, nehmt euch an euren nächsten Maps zu Battlefield 2042 hier ein Beispiel. Wirklich extrem. Wenn wir uns aber Beispiel Kaleidoskop, Neuanfang oder sonstige Karten in 2042 angucken, denke ich mir so, hm, befinde ich mich jetzt hier wirklich auf einem Schlachtfeld? Ihr könnt euch ja überlegen, auf Kaleidoskop wird sogar noch der Rasen bewässert. Wo sind wir hier? Sind wir jetzt auf einem, keine Ahnung, Markt, wo jetzt noch Leute kommen und was verkaufen wie Wurst und Tee und Kaffee? Okay, also, ich hoffe ihr versteht, was ich meine. Battlefield 3 und Battlefield 4 hatten teilweise so schöne detaillierte Karten, wo man auch wirklich dachte, man ist jetzt in einem amerikanischen Team oder im russischen Team, kämpft gegen die Amerikaner oder gegen die Russen mit halt Kampffahrzeugen. Und bei Battlefield 2042 denke ich mir so, das sieht alles zu clean aus. Es ist nicht bombardiert worden, die Map, es gibt keine großen Krater, es gibt nicht kaputte, zerstörbare, große Gebäude, die man ausreißen kann aus ihren Wurzeln, wo sie stehen. Also, da fehlt halt einiges, was das Feeling von einem Modern Warfare-Shooter rüberbringt und ich hoffe auf jeden Fall, dass sie in den nächsten Karten, die sie bringen werden, auf jeden Fall das beachten, dass man mehr denkt, okay, ich bin hier auf einem Schlachtfeld. Und wird von mir hier auch nochmal ganz klar hervorgehoben. Manche Animationen sind allerdings leider ein wenig hakelig und etwas unflüssig. Dadurch wirkt das Gameplay leider teils etwas wackelig und unpräzise. Das haben wir aber auch in 2042. Die Atmosphäre des Spiels, das betone ich hier nochmal ausdrücklich, gefällt mir wirklich enorm gut. Aber man muss hier auch sagen, in der aktuellen Phase des Spiels, in der Klaus-Beta-Phase, wird das Ganze aber getrübt von furchtbarer Soundkulisse, die das Spiel teils altbacken und billig wirken lassen. Hm. Gut, das haben wir auch in 2042. Es ist ja kein Spiel perfekt. Okay. Okay. Interessant. Aber es ist ja nicht verkehrt. Ja, das... Ja, das... Diese Killstreaks finde ich jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Also, World War 3 ist ein geiler Ego-Shooter-Spiel und auch Richtung taktischer als Battlefield, aber diese Killstreaks, warum sie die reingemacht haben, das verstehe ich nicht. Wenn sie diese Killstreaks rauslassen und man kann halt dafür beispielsweise eine Drohne steuern und die Leute von oben aus spotten oder ein Helikopter steuern und davon halt die Gegner ausschalten, wie halt in Battlefield es normal ist, dann würde auf jeden Fall World War 3 noch ein Stück geiler werden. Aber diese Killstreaks, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also, die sind für mich nicht so Battlefield ausgiebig, dass man sagen würde, okay, das würde jetzt Battlefield zerstören, weil ja gerade das unterscheidet uns ja zwischen Call of Duty. Also, ach, diese Killstreaks, ich weiß nicht. Okay, das ist sehr nice. Allein hier schon, wie viele Sachen man hier ausrüsten kann, das erinnert uns ja wieder ein bisschen an Battlefield 4, was wir da für Gadgets hatten teilweise. Wir hatten Blendgranaten, wir hatten Brandgranaten, wir hatten Flaregranaten zum Licht machen, wir hatten Splitter, wir haben Kontaktgranaten gehabt, soweit ich weiß, Minigranaten und normale Splittergranaten. Dann hatten wir an Mengen zum Verteidigen zu Claymore, C4, Minen, gut, das gibt es auch in 2042, aber Claymore und diese ganzen Flares und Minigranaten gibt es einfach gar nicht. Wir haben in Battlefield 2042 gefühlt einfach, ja, die Hälfte von Battlefield 4 und das ist schon ein ziemliches Downgrade, finde ich. Also, ich weiß nicht, ob sie das nicht bedacht haben, ob sie es zeitlich nicht geschafft haben, mehr Waffen reinzumachen, aber warum? Warum sie es einfach nicht wie Portal Kopie gemacht haben, die ganzen Waffen von Battlefield 4 einfach übernommen haben in 2042 und sagen würden, hey, jetzt habt ihr zum Start 100 Waffen zur Verfügung, hey, da würden doch die Leute durchdrehen vor Glück. Aber nein, wir haben gefühlt nur 22 Waffen und ein paar Gadgets, ja, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, wie gesagt. Aber ja, schade eigentlich. Dafür, World War III macht es auf jeden Fall wieder vor. Es gibt Claymores, es gibt hier Tellerminen, es gibt, was steht hier, Antitankgranate und Splittergranate und Kompaktgranate, also Impactgranaten, also auf jeden Fall einen Daumen hoch dafür. Auch die Möglichkeit, Heilungskisten oder Munitionskisten mitzunehmen. Granaten könnt ihr natürlich auch auswählen, also eben das volle Programm. Viele fragen sich an der Stelle vermute ich auch, wie sind die Munitionskiller, also die Time-to-Kill von World War III. Man ist relativ schnell weg vom Fenster, das muss man ganz klar so sagen, und weist für mein Gefühl eine deutlich geringere Time-to-Kill auf als Battlefields. Das Gameplay beschränkt sich aktuell auf maximal 20 vs. 20 und hier fallen die Karten teils etwas groß aus. Man hat natürlich nicht überall Action, aber dennoch genug, ohne dass man gefühlt... Gut, wir dürfen nicht vergessen, hier ist 20 vs. 20 und die Karten sind relativ groß. Wenn man das jetzt aber mit 64 Leuten versuchen würde, dann glaube ich, passen die Karten schon von der Größe her. Bei Battlefield 2042 sind 128 Spieler nichts Schlimmes. Wir dürfen nicht vergessen, 128 Spieler ist eigentlich ziemlich nice. Man müsste die Maps aber nur anpassen auf diese Spielerzahl. Bedeutet, man müsste ein bisschen mehr Deckung auf den Karten verteilen, ein bisschen die Karten umstrukturieren, dass sie besser funktionieren. Die Zonen ein bisschen besser verteilen, dass die Zonen an sich ein bisschen mehr gefüllter sich anfühlen und nicht so leer. Das könnte auf jeden Fall dazu sorgen, dass 2042 mit 128 Spielern wieder Spaß macht zu spielen. Aktuell ist es einfach überhaupt nicht witzig, denn wie gesagt, die Zonen sind schlecht gesetzt, die Flankenpunkte. Bei Rush sind die M-Coms schlecht gesetzt. Es gibt viel zu wenig Deckung, etc. Somit macht auch diese 128 Spieler keinen Sinn. Aber 20 gegen 20 Modis oder 64 Modis, solche Sachen würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Sie sollten das reinmachen, vielleicht als limitierte Version bedeutet, jetzt kannst du heute 20 vs. 20 Conquer Small spielen. Dafür ist sie ab morgen nicht mehr da, dieser Modus. Dafür halt ein anderer Modus. So sollten sie es vielleicht machen. So kann man es halt ein bisschen ausprobieren. Umfang. In Sachen Umfang bekommen wir bereits in der Closed-Meta-Version satte 28 Waffen. 28 Waffen. Mehr als 2042. Maschinenpistolen, Raketenwerfer und einige weitere, wie zum Beispiel natürlich auch die gehassten Shotguns. Shotguns gehören dazu. Swishy. Geschmackssache. Okay, jetzt kommen Skins. Mal gucken, wie die aussehen. Hier sehen wir es. Seht ihr, welche Waffen und Skins und Ausrüstungen wir bekommen für die Soldaten? Die sehen aus wie Soldaten. Die bleiben Soldaten. Und nicht sowas wie, ja, hey, wir bringen mal limitiert mal raus ein Weihnachtsmann-Skin. Oder, hey, wir kriegen bunte Waffen wie pinke Waffen und so. Oder goldene Waffen wie in Battlefield Hardline. So ein Polizeisetting damals. Überhaupt nicht gepasst, meine Meinung. Aber ich hoffe, dass DICE und EA das unter Kontrolle kriegen, was das Skinverkaufen angeht. Denn wir wissen auf jeden Fall, 2042 ist darauf aufgebaut, um genau diese Sachen zu vermarkten. Wenn DICE aber, sagen wir, Madpacks raushauen, wo wirklich aussehen wie Soldaten und sie bleiben wie Soldaten, dann habe ich kein Problem damit. Aber wenn sie jetzt mir kommen mit so einem schwulen Rentier-Skin oder ich laufe jetzt zu Ostern mit dem Osterhasen-Kostüm rum, also dann, nee, nee, nicht wirklich. Masken, Brillen und einiges mehr. Spider-Man-Kostüme oder Ronald McDonald's-Skins gibt es bisher hier zum Glück noch nicht. Gott sei Dank. Und wir haben natürlich auch nicht kommen. Die Spielmodi fallen zum Start der Beta leider noch etwas knapp aus. So gibt es gerade mal zwei Spielmodi. Moment mal. Wo will ich gerade sagen? Es stimmt. Zum einen Tactical Ops, eben Conquest aus Battlefield oder Herrschaft aus Call of Duty und eben das klassische Team-Death-Match. Die beiden Modi dürfen wir auf vier Karten spielen, zumindest im Conquest-Modus. Im Team-Death-Match... Hier gibt es einfach ein Menü, wo du auswählen kannst. Du möchtest, Beispiel hier, taktisches Ops spielen, also Team-Death-Match. Du möchtest, ähm, Conquest spielen. Du möchtest, Beispiel, jetzt Rush spielen, wie wir es halt aus Battlefield 4 kannten oder Battlefield 1 war es noch zuletzt. Ich weiß nicht, ob es in Battlefield 5 der Fall war. Also normales Modi-Menü. Und das gibt es in 2042 einfach nicht. Du hast einfach nur Conquest und Dings, äh, Breakthrough. Du kannst halt nicht separat auswählen, wo du halt diese Modi spielen möchtest, auf welchen Karten. Denn einen Server-Browser gibt es aktuell in 2042 nicht, was ich sehr schade finde. Auch wieder eine Funktion, die halt so lange in 2042 vorhanden war und einfach nicht mehr drin ist. Das verstehe ich nicht. Als ob sie bewusst uns dran gewöhnen wollen, äh, in diese Schnellsuche-Lobbys reinzukommen, wie Call of Duty. Oh je, in welche Richtung entwickelt sich das alles? ... lediglich auf zwei abgewandelten, kleineren Karten. Wie ist denn so der erste Eindruck von dem Spiel von mir? Wir müssen immer noch festhalten... Also es ist keine Vollvision. ... und eben nicht über ein fertiges Spiel. Deshalb ist es hier auch noch zu früh, ein endgültiges Fazit aufzustellen. Aber ich spreche mal über meine Meinung, wie das Spiel sich aktuell anfühlt. Und hier muss ich wirklich sagen, das Spiel fühlt sich für eine Closed-Beta-Phase, obwohl es zwar 2018 schon rauskam, relativ gut an. Das Spiel macht Spaß, es hat ein gutes Gunplay und es fühlt sich vor allem von den Maps und der Grafik sehr atmosphärisch stark an. Und hier würde ich sogar sagen, teils besser als Battlefield 2042, wenn wir über Grafik und Atmosphäre sprechen. Zumindest bin ich nicht der Einzige. Was aber hier auch das Problem ist, es ist natürlich kein fertiges Spiel. Und ich glaube auch, dass eben World War 3, genau wie Battlefield 2042, noch eine gewisse Zeit braucht, bis das Spiel wirklich extrem gut spielbar ist. Und ich glaube, ein Wechsel von Battlefield 2042 zu World War 3 würde ohnehin nicht jeden glücklich machen, weil man es halt auch nicht wirklich richtig gut vergleichen kann. Gameplay-technisch ist es natürlich nicht mit Battlefield 2042 zu vergleichen, das ist klar. World War 3 ist natürlich noch immer noch in der Closed-Beta-Phase, aber auch dieses Spiel wird noch Zeit brauchen, bis es wirklich perfekt und flüssig läuft. Aber steckt jede, jede Menge Potenzial in dem Spiel und ich kann nur jedem empfehlen, mal reinzuschauen. Ein fertiges Spiel ist es noch lange nicht, dafür braucht es noch jede Menge Zeit, genau wie auch Battlefield 2042 noch jede Menge Zeit braucht. Aber um die Frage zu beantworten, ist World War 3 nun der absolute Battlefield-Killer? Wahrscheinlich nicht. Für den einen oder anderen vielleicht ja, aber ich glaube nicht, dass die breite Masse eben von den Battlefield 2042 Spielern rüberholen wird, sondern es wird zwar vielen gefallen, aber es geht eben in World War 3 auch deutsch taktisch dazu und Battlefield 2042 geht ja eher in die Richtung Fun-Shooter. Aber genug von mir... So, mein Akku ist gleich leer von der Kamera, deswegen muss ich mich beeilen. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, Leute, wie findet ihr Swishes Meinung bezüglich Battlefield und World War 3? Und lasst mich auch gerne wissen, wie ihr meine Meinung dazu findet. Findet ihr tatsächlich, dass World War 3 tatsächlich ein Stück weit besser ist als Battlefield 2042? Und würdet ihr dieses Spiel auch gerne auf den Konsolen sehen? Lasst mich das gerne wissen. Oder zockt ihr es bereits auf dem PC? Lasst mich das auch wissen. Ansonsten sehen wir uns in den nächsten Videos. Swishy, wenn du vorbeigeguckt hast, Grüße gehen raus. Vielleicht schaut er ja vorbei, wer weiß das schon. Auf jeden Fall, bleibt gesund meine Freunde und du auch Swishy. Haut rein. Ciao.